Herzlich Willkommen zu Big N.T. The Fast and the Furious. Meine Gedanken zum Tag Nummer 5. Ich habe mit euch Apostelgeschichte 14 bis 21 gelesen und das ist schon ziemlich krass, was Paulus dort alles erlebt. Es geht ja im Prinzip um die Erlebnisse von Paulus mit seinen Begleitern, die er mit am Start hat und mit denen er durch die heutige Türkei und durch Griechenland reist. Und ich finde es echt faszinierend, welche Reichweite Paulus irgendwie hat. Wenn wir uns das irgendwie vorstellen, dass jemand von uns so durch diese Lände reist und Länder reist und so viel von Jesus erzählt und dann so viele zum Glauben kommen, das fasziniert mich brutal. Das ist irgendwie richtig genial, was Paulus da alles erreicht und wen er erreicht. Und er hat so eine Leidenschaft dabei, die finde ich bemerkenswert. Ich wünsche mir die manchmal für mein Leben, auch als Hauptamtlicher, wo ich mir manchmal denke, hey, diese Leidenschaft von Paulus, wie cool wäre es, wenn ich die hätte. Und ich glaube, dass dann die Menschen einem auch abspüren, hey, da ist was anderes. Und selbst durch viele Gefahren hindurch bleibt Paulus da dabei. Selbst wenn er mehrfach ins Gefängnis geworfen wird, wenn er ausgepeitscht wird, verprügelt wird, gesteinigt wird, all das. Und trotzdem bleibt Paulus dabei, weil er jemanden hat, weil er auf jemanden vertraut, der größer ist, weil er einen Auftrag hat, wo er weiß, hey, das lohnt sich. Das lohnt sich einfach. Und ich wünsche mir das, dieses ständige auf Gott hören. Weil das sehe ich bei Paulus. Immer wieder heißt es, dass er betet. Immer wieder heißt es, dass er Gott lobt und preist. Und dieses Evangelium, diese gute Botschaft setzt sich in diesem ganzen Bereich, in den ganzen Gegenden, wo er ist, setzt sich das durch. Multiplikation. Also dass er das den Leuten erzählt mit ein paar Begleitern, die er dabei hat. Und die erzählen weiter. Und auch da wieder erzählen sie weiter und weiter und weiter. Persönliches Begleiten von einzelnen Personen, das lerne ich bei Paulus. Ich lerne bei Paulus, wie er mit Leuten direkt unterwegs ist, wie er sie begleitet, wie er, heute könnte man und würde man vielleicht von Mentoring reden, aber einfach für die Leute da ist. Für den Timotheus, für Aquila, Priscilla, für den Lukas, der hier diese Apostelgeschichte schreibt und der Paulus auch auf vielen Stellen begleitet. Überall dort begleitet Paulus die Leute persönlich. Durch ihre Schwierigkeiten hindurch und durch seine. Und dadurch lernen die Menschen an ihm, was es heißt, an Gott zu glauben. Das finde ich richtig faszinierend. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich hoffe, dir haben meine Gedanken vielleicht ein bisschen geholfen, deine eigenen Gedanken anzuregen. Mich würde es interessieren, was du dazu denkst. Deswegen schreib doch in die Kommentare, was ist für dich wichtig geworden, was hier in der Apostelgeschichte 14 bis 21 steht. Ich freue mich drauf, von dir zu hören, von dir zu lesen und deine Meinung zu lesen, was dir besonders wichtig geworden ist. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag, eine weitere gute Zeit bei Big NT, The Fast and the Furious und ich bin gespannt, was Gott mit uns durch diese 30 Tage bewirken möchte. Ich wünsche dir eine gute Zeit.